Guten Morgen, liebe Milchbegesterte. Heute besuchen wir den Hoferfamilie Schüppach. Als Nachbar des Rheinfalls ist der Tourismus ein ganz wichtiger Betriebszweig. Wir nehmen es wunder, wie sie das Ganze machen und was sie vom Sagenboot haben. Also kommt, wir gehen mal schauen. Merci vielmals, dass ich hier sein darf. Ja, willkommen auf dem Bocherhof. Jetzt sind wir hier auf dem Blumenfeld. Wie habt ihr das gut besucht? Ja, wir haben viele Einheimische und zwischendurch feiern sich auch ein paar Touristen bei uns im Blumenfeld. Was kann man denn alles pflücken in deinem Feld? Also starten wir mit der Tulpe, das ist der ganz grosse Renn im Frühling. Und danach kommen dann die Pfingstrosen, die sehr gefragt sind. Und im Herbst haben wir dann noch die Anliegen. Da kann man eigentlich das ganze Jahr lang pflücken? Ja. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Die Leute dürfen selber ihren Sträuschen abhauen und dann dürfen sie vorne an der Kasse entweder mit Bargeld oder mit dem App zahlen. Jetzt gehen wir zur Kühe, zur Weih. Und schauen, wie es ihnen geht. Was füttet ihr denn diese Kühe? Die Kühe haben jetzt nur gerade das Gras, das sie auf dem Boden finden. Im Stall kommen die Grassilage, Meissilage und Heu. Was ist das Silage? Das Grassilage wird gemeint, genau gleich wie das Heu. Die Kühe wird dann in ein Silo eingefüllt, luftdicht verschlossen. Und dann macht es eine Gärung durch. Und kann dann so später verfuttert werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel frisst der Kuh pro Tag? Der Kuh frisst etwa 80 Kilo Gruppfutter. Und dann sind wir hier vor eurem schönen Hofläden. Wer kommt denn hier alles zu besuchen? Ja, wir haben viele Kunden aus der Region. Aber auch wenn es am Rheinfall ist, haben wir auch viele Touristen, die zu uns kommen. Dann wollen wir die Posten gehen. Hast du ja schon unsere Ereigniskammer zum Touristen? Ja, viele wollen uns einen schönen Glück als Suppenhuhn kaufen. Nein. Aber den geben wir natürlich nicht her. Und was gibt es denn alles speziell im Hofladen? Dann gehst du doch schnell rein schauen. Ich habe die offene Art von Familie Schüppach heute sehr geschätzt. Und mit all diesen feinen Sachen nehme ich auch ganz viele Eindrücke mit. Probier es doch auch mal aus und geh in den Hofladen probieren. Das lohnt sich. Es kann man known jemanden finden. Das lohnt sich. Untertitelung des ZDF, 2020